EA Sports. It's in the game. Bei meinen neuen Bildern habe ich ein neues Bild gegeben und direkt mit einem Hansa-Rostock-Trikot versehen. Wunderbar, gell? Sehr schön. Gottfried habe ich das übrigens auch mal gemacht. Guck mal hier, Zocker-Gamer. Du hast jetzt auch ein schönes Hansa-Rostock-Trikot. Zwar vom letzten Jahr. Ich müsste bei FM-Zocker vielleicht noch mal nach so Blanko-Trikots fragen. Und das gleiche habe ich auch beim Patrick Horst gemacht. Guckt es euch an. Immerhin, ne? Ein paar Bildchen. Und beim Patrick Horst habe ich auch ein bisschen hier die Ränder mal verschönert und verbessert. Da muss ich mal gucken, ob ich es noch besser mache. Ich bin da im Moment nicht so bei, muss ich sagen. Ja, meine lieben Leute, was liegt an, ne? Ganz viel liegt an. Der FM-Zocker-Patch ist rausgekommen. Der Fußballmanager 19. Aber es ist noch die Beta-Version. Ich hatte in der letzten Folge ja mal kurz reingeworfen, dass ich eventuell was Neues plane. Und das habe ich auch vor. Ja, ja, so sieht das aus. Niklas Hauptmann kommt zu uns. Ähm, beziehungsweise wird noch angefragt hier. Das, äh, mag vielleicht nicht jedem gefallen, dass ich ein neues habe. Aber, ähm, ja, neues Projekt beim neuen Fußballmanager finde ich eigentlich eine ganz coole Sache. Ich werde euch auch sagen was, Jungs. Ich werde euch sagen was. Es wird natürlich hier, Hunter Rostock wird bestehen bleiben. Also bis Fußballmanager 2020 auf jeden Fall. Gar kein Problem. Ähm, nicht, dass ihr jetzt hier Angst kriegt und euch den Flösschen macht. Nein, ich hatte mir überlegt, ob ich den Fußballmanager 19 dafür nutze, einfach mal komplett, ähm, einfach mal was zu, ähm, wie heißt das denn, zu simulieren. Und zwar so 20 Jahre mal. Es ist einfach simulieren. Wir gucken uns vorher die Statistiken an, wir gucken uns die nachher an. Ähm, dann lasse ich das durch simulieren, nehme das alles auf. Aber ich schwätze natürlich nicht, kann das dann, äh, schön cutten. Ähm, ne, äh, ich weiß nicht, wie lange sowas dauert, keine Ahnung. Es wird wahrscheinlich ewig lang dauern, 20 Saisons. Vielleicht mache ich auch immer so 10, 10 Jahre Schritte oder so. Irgendein Verein, naja, oder, oder am besten ohne Verein und die wichtigsten Ligen. Und ja, das fände ich eigentlich mal ganz gut, ne. Fände ich mal eine coole Idee. Vielleicht, äh, findet ihr das auch interessant. Äh, er hier wollte übrigens nicht kommen, hier. Der Stuttgarter Innenverteidiger, schade drum. So ist es. Neuer Mitarbeiter, Norbert Elgert ist auch noch neuer Co-Trainer. Ähm, Schnellhardt hat, äh, das hier erreicht. 13 Tage Fellhardt. Also wir haben auch immer schon wieder hier ein bisschen Verletzungspech, ne. Ich würde auch sagen, wir ballern noch ein bisschen was an, an Spieler in die, in den Kader rein. Damit wir ein bisschen breiter aufgestellt sind. Damit wir in der ersten Liga mit dem Verletzungspech vielleicht, äh, ja, ein bisschen verschont bleiben, ne. Im Moment sieht es ja hier auch schon wieder ganz schwierig aus. Hut ist verletzt, Flecken verletzt, ne. Torwartposition gerade echt. Vakant fast schon, ne. Ist ja fast unser Georg Gattas am Start. So, wir gucken in eure Kommentare rein. Und als erstes hatte der Zockergamer, den hatte ich eben schon ja hier, äh, auf dem Schirm, ne. Pass auf, wo ist er? Äh, 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 hä, da. Benedikt, da bist du. Du wolltest nach deinen Trainingszielen nochmal gucken. Wir gucken mal rein. Und hier, du bist noch bei Schnelligkeit dran. Und dann hast du recht, bist du erstmal fertig. Das heißt, wir gucken jetzt ganz schnell mal drüber, was du da noch nicht hast. Und die Neuzugänge, denen werde ich das in der Offline-Folge geben, ne. Neue Trainingsziele, damit wir da hier nicht unsere Zeit mit vergeuden. So, das sind so die drei wichtigsten. Und dann gibt's immer noch bei mir, ihr kennt das ja, ne. Ähm, Sachen, die sich schnell entwickeln, weil auch die in die Spielerbewertung reingehen, ne. Eins hat er, nämlich Sprungkraft macht er um fünf und ansonsten alles Wichtige für die Position. So, Zockergamer, bei dir war ja auch die Idee, dich Richtung Fulda zu verleihen. Vielleicht geht's ja jetzt. Benedikt Gottfried. Ja, sehr schön. Wunderbar. Wir leihen dich. Aber die sind nicht dran interessiert. Das gibt's doch nicht. Fast 60er-Spieler, ey. Wäre super für die, ey. Keine Ahnung, was die da haben. Zum, äh, Reiern. Zum Reiern auf jeden Fall. Na gut, dann ist es so. Wir werden's immer mal wieder versuchen, ne. So, weiter geht's. Der Edu hat geschrieben. Sehr schön, sehr schön. Ja, finde ich auch. Und ich, äh, würde mich freuen, wenn du am, äh, 21. Dezember in Frankfurt bei unserem, äh, Konzert von Alaska Pirate. Hört mal rein, wenn ihr noch nicht gemacht habt. Äh, wenn du da, wenn du da Bock hast, kommst du vorbei, ne. Es gibt jetzt schon Karten. Es gibt jetzt schon Karten. Und, ähm, ja. Da würde ich mich sehr drüber freuen, auf jeden Fall, ne. So, Chemie. Haben die, doch hier haben wir so. Ähm, auch, wir werden auch weiterhin hier Chemie unterstützen. Dass, ähm, wir sind ja unseren, unseren Zuschauern sehr treu, ne. Dass wir die hier, dass wir denen hier gute, na komm, machen wir zwei Jahre. Chemie und, ähm, die Fulda Borussia werden wir unterstützen. In der Hoffnung, dass wir da so, ja, so fast schon Zweigstellen haben, ne. Und, ähm, eben auch mal kleinere Vereine hochbringen. So. Also, das haben wir, äh, in Auftrag gegeben. Hoffentlich klappt das. Dann hatte ich noch gefragt, äh, für die rechte Seite hat man überlegt, Beboot zu holen. Es hatte niemand was gesagt, außer hier unserem, äh, Chemiker. Der hat gesagt, wird der, wird der machen. Auf jeden Fall holen. Werden wir auch versuchen, ähm, Ablösesumme 4,9 Millionen Euro. Da werden wir erstmal, äh, das ist ein bisschen über Transfermarkt, äh, Marktwert, aber das machen wir trotzdem mal. Gucken wir mal rein. Wir müssen ja jetzt ein bisschen Geld noch in die Hand nehmen. Und, ähm, bevor wir da wieder ein Problem haben, dass wir hier, äh, Probleme mit der Finanzierung haben, werden wir hier noch ein bisschen in die Gehälter reinstecken. So. Ja. Sascha Meier spielt gerne in der zweiten, ansonsten bei Chemie. Mehr will er nicht. Okay. So. Das neue Projekt werde ich gleich nochmal ein bisschen aufgreifen. Ähm, das ist aber gar kein Problem, ne? Und, ähm, jetzt werden wir mal gucken, was der Ronny noch geschrieben hat. Äh, äh, Borussia Fulda hat endlich wieder seinen verlorenen Sohn zurück. Und, ähm, seinen Leader für ein Jahr. Ja, wunderbar. Da müssen wir aufpassen, dass der nicht auf einmal hier, äh, ganz Richtung Fulda wechseln will, der Ronny, ne? Aber wäre auch nicht schlimm. Aber, ja, ich kann jetzt mal ein Jahr denen wieder helfen. So, was habt ihr euch dann? Habt ihr hier noch gegenseitig euch geantwortet? Ja, das finde ich mal sehr schön. Was seht ihr denn hier? Ja, ja. Wie sieht's denn aus bei der, äh, neu gegründeten Borussia? Hat der, äh, Chemiker gefragt, ne? Schon offensichtlich nicht gut, schreibt der Ronny. Die werden regelrecht zerschossen. Aber der Chemiker drückt die Daumen, dass es trotzdem weitergeht. Ja, finde ich mal super, wenn ihr da euch, ähm, untereinander, äh, die Kommentare hin und her wirft und euch unterhaltet. Mag ich. Mag ich sehr. Der Frank war dieses Wochenende nicht dabei. Der ist bestimmt mal, ähm, ja, Co-Trainermäßig im Urlaub. Wir haben aber neun Spieler und zwar haben wir Niklas Hauptmann. Georg Gattas hat alle Trainingsziele erreicht. Das werden wir jetzt gleich uns mal angucken. Während wir hier, ja, die Nummer 7 hier für Hauptmann, das finde ich eigentlich eine ganz schöne Nummer. Spieler sind froh über die Neuverpflichtung. Und hier, komm, Hauptsponsor übernimmt die Hälfte des Gehaltes, 700.000. Das ist auch klasse. Catalano bleibt ebenfalls bei Stuttgart. Erboste Mitglieder. Oh ja, hier von Dresden, vom, hehe, ja, da sind 66 extremst traditionsbewusste Mitglieder jetzt erstmal aus dem Verein ausgetreten. Na ja, gut, wenn die meinen, dass sowas über dem Verein steht, dann ist das so. Da kann ich dann auch nichts für. Ähm, ja, meine lieben Leute. Es steht hier nichts über dem Verein. Nichts steht über Hansa. Auch nicht irgendwelche blöden Erzrivalen. Außerdem finde ich das doch ordentlich, wenn man die, äh, Erzrivalen hier schwächt. Und wenn man da gute Spieler herholen kann, dann ist das doch so. Dann ist das mir doch doch wurscht. Ich bin ja auch als Dortmunder wurscht, wenn da mal ein richtig guter Schalker geholt wird. Aber, äh, passiert halt nicht, ne. Was willst du machen? Gute Schalker. Mangelware. Ja. André Breitenreiter hat hier seine, äh, Angebote für Bebu, äh, mal sich angeguckt. Hat er sich noch nicht entschieden. Wir gehen hier nachher in die, in das nächste Freundschaftsspiel. Die zweite Mannschaft ist jetzt wieder voll mit Jungs hier, ne. Die sind alle jetzt unten. Können wir auch so lassen erstmal. Und wir gucken uns dann vielleicht sogar in dieser Folge noch die Auswertung an. Die Auf- und Abwertung. Da hoffe ich, kommt ein bisschen was. Deshalb habe ich euch ja mit hochgenommen, ne. Das wäre schon cool, wenn da ein bisschen was an Pluspunkten rankommt. Ja, zu dem neuen Projekt, ähm, ein paar haben, was? Die wollen den Paulschen holen? Hamburg? Zwei-Jahres-Vertrag mit dem Grundgehalt? Ja, ne, Moment. Dann machen wir natürlich, dann kommt er hier bei uns in die Mannschaft rein. Den gebe ich doch nicht ab. Standesgemäße Vorstellung ist gut. Also, der ist jetzt aber wahrscheinlich hier, ja, der ist hier, äh, aha. Jetzt in der ersten Mannschaft ist das natürlich totaler Quatsch, ne. Äh, Paulschen, ich hoffe, das war für dich in Ordnung. Ich wollte dich jetzt nicht an, äh, Dings hier verlieren. An Hamburg. Deshalb habe ich dich jetzt hier, äh, in den Kader geholt, in die zweite Mannschaft. Da ist diese Saison vielleicht auch was möglich. Guck mal hier, da spielst du sogar. Natürlich sind momentan hier einige verletzt, ne. Georg Gattas hat dich jetzt auch nochmal neun Tage verletzt. Muss man mal gucken, was dabei rumkommt. Ja, aber es war irgendwie die richtige Entscheidung, dich hier zu lassen. Paulschen, sagst du mal Bescheid, ne. Ob dir das so recht ist oder ob du lieber zum Hamburger SV gewechselt wärst. Naja, wie auch immer. Das neue Projekt würde ich gerne angehen. Aber momentan ist ja die, äh, Beta-Version des FM19 am Start. Und da gibt es noch einige grobe Schnitzer. Ähm, deshalb kann ich nur empfehlen, wartet aufs nächste Update. Wartet aufs nächste Update, genau wie Chemie gewartet hat und dann zugeschlagen hat mit uns hier. Und zwar, ähm, sind zum Beispiel alle, weil der Liegenfaktor falsch eingestellt ist, alle Spieler aus dem Niger haben irgendwie richtig hohe Stärken. Ab 90 plus, also da, da geht's richtig rund. Der, äh, Dauerweltmeister in den nächsten Jahren wird, äh, im FM19 dann der Niger sein. Und, ähm, deshalb, ja, guckt euch das erst nochmal an, ne. Patrick Sondheimer wäre natürlich auch hier ganz, äh, ein Schnapper gewesen, ne, ohne Vertrag. Einige hier ohne Vertrag dabei. OM, ja, sind allerdings jetzt auch nicht so überallmäßig stark hier die Leute. Ich hätte gern eigentlich so so alles ab 70. Oh, da haben wir auch einen Berkay Ötschan, ne, wir hatten ja überlegt noch einen OM zu holen. Vereinstreu, flexibel, trainingsfleißig, extrovertiert. Ja, also, ich bitte euch, da müssen wir eigentlich zuschlagen und gucken, der hat einen 8 Millionen Marktwert. Ah, Transfervorbereitung, was könnte man denn mal machen hier? Ähm, also, wir loben mal den Spieler auf jeden Fall. Das, äh, wäre schon ein Typ, den könnte ich mir vorstellen. Wäre kein, achso, äh, doch, ja, hier, doch, ja, da, da ist er. Wir gucken mal, was der haben wollen würde. Bei einem Abstieg will er, dass die Kürzung seines Gehaltes gemacht wird. Ja, guck mal hier, der will da auch, ist auch ordentlich. Grundgehalt erscheint mir zu niedrig. Ähm, aber ich finde dann, das müssen wir machen. So, Spieler müssen wir uns holen. Weil, äh, wir müssen den Kader auf jeden Fall verstärken. Ganz klar. Ganz klar. 25.000 Euro gibt's noch, wenn wir nicht absteigen. Feste Ablöse haben wir keine. Das will er ja auch nicht, ne, das will er auch nicht. Ja, ist doch ein gutes Angebot. Gut, hier gehen wir vielleicht sogar noch ein bisschen runter. Ne, geht leider nicht. Gehen wir vielleicht noch ein Jahr hoch. Ja, mag er auch nicht so. Wir gehen mal so rein. Wir müssen jetzt im Moment gucken, dass wir die Spieler eher holen, ne, als, äh, nicht. Damit wir hier ganz gut in, ja, in die neue Saison rein switchen können, ne. Da wäre noch Pranimir Chota als Stürmer ohne Verein. Ja, aber den brauchen wir jetzt nicht. Ich liebe Ocannon ist immer noch ohne Verein. Den würde ich halt auch gerne auf der linken Seite eigentlich bei uns sehen, muss ich ja sagen. 73er Typ. Wir gucken mal. Könnte man holen und dafür dann eben einen von unseren anderen Kollegen, ähm, ja. Entfernen, verkaufen. Ich sehe hier ein großes Potenzial in diesem Spieler hier, auf jeden Fall. Stammspieler halte ich jetzt für ein bisschen sinnlos, aber wir werden es trotzdem erstmal so lassen, damit der Mann, äh, Interesse hat, hier nach uns zu kommen. Das ist nämlich einer der kommenden, äh, kommenden Supertalente hier. Achter Talent, 73er Stärke, super geiler Typ. Also die zwei Spieler hätte ich schon gerne. Egal, was ihr mir da jetzt noch sagt, ne. So, wir gehen ins Freundschaftsspiel gegen den Schleswiger SV. Auch hier hat der Gerry wieder im, äh, großen Oststadion, äh, angefragt, der Idiot. Führte alles weise, war unser Auto, äh, Ansonsten möchte ich noch Tobias Fedek, ähm, herzlich willkommen heißen. Der war jetzt hier neu bei uns eingekommen. Und hat harmoniert. Herzlich willkommen, Tobias. Wenn du einen Jugenspieler siehst, den du cool findest, sag Bescheid, dann reden wir das. Dann, äh, suchen wir dir einen. Niklas Hauptmann kommt direkt mit einer 1 hier an. Sehr schön. und da kommt hier Horst im neuen Trikot als DM mal direkt mit dabei und hier auf der linken Seite da könnte man dann Holtmann oder Jakobsen die sind jetzt auch schon ein bisschen älter natürlich nicht, wer weiß wie alt, aber die könnte man noch einen dann loswerden und ja vielleicht spielen wir auch hier mal mit einer Doppelsex hier hinten wenn wir schon hinten nur noch drei Leute stehen haben und Pascal Köpke können wir auch noch mit der 3 2,5 auswechseln so haben wir uns das hier vorgestellt so sieht es doch gut aus und weiter geht's unser Routinier im Tor Jakubowitsch musste noch nicht hinter sich greifen hoffen wir auch, dass das so bleibt hier gegen Schleswig da wird ja nichts passieren ja, vielen Dank auf jeden Fall schon mal für eure Kommentare ich freue mich, wenn ihr euch weiterhin meldet und ich freue mich über gute Noten hier Josef Kerscher hier unter Jay der ist im Moment beim Fußballmanager Zocker auch ziemlich abgemeldet bei FM Zocker ich hoffe ihm geht's gut, muss ich sagen ich hoffe ihm geht's gut auch gut, ne die wollen ein verbessertes Angebot von Bebu dann versuchen wir mal 5 Millionen das ist eine halbe Million über also 10% über dem Verkehrswert ich finde das kann man mal machen wenn man aufgestiegen ist in die erste Liga muss man ja auch mal so Spieler holen die Serbemannschaft aufzustellen ne, da brauche ich keiner ne, ne persönlicher Sponsor der Drach ist abgelaufen Borussia Fulda ist an Krauer interessiert ja warum denn den Krauer? holt euch doch holt euch doch äh unseren Zockergamer den Krauer ehrlich gesagt möchte ich in der zweiten Mannschaft halten und hier haben wir Kuisanz der ist leicht verletzt kann deshalb nicht weiter gescoutet werden aber er ist jetzt auch hier fertig also das ist Kuisanz lieber Frank gucken wir an was der hier für Werte hat bei R-Kontrolle kurzer Pass über 90 schon Ausdauer über 90 ja ja das den hätte man nicht halten können Verletzungen ja 4 Wochen für Flecken noch Strauß noch 5 Wochen also das ist bitter sehr sehr bitter da gibt es bestimmt auch die ein oder andere ähm die ein oder andere Abwertung das kann ich mir durchaus vorstellen wir sind hier schon mit der zweiten Mannschaft in die Liga gestartet mit einem Unentschieden 2 zu 2 gegen Braunschweig ich hab nicht geguckt nach den Noten das machen wir jetzt hier Raphael Mayer mit einer 4 ja hat aber ein Tor gemacht warum kriegt man dann ein 4 als Verteidiger war vielleicht an den anderen beiden Toren schuld keine Ahnung ja gut das ist doch mal ein ganz guter Start ich hab das Gefühl dass Braunschweig 2 doch auch gar nicht so ein schlechter Verein ist hier 7. Platz von der Stärke her wir sind 18. von der Stärke her um Gottes Willen vielleicht müssen wir in der zweiten Mannschaft mal noch irgendwie was Gutes tun also 18. halte ich jetzt ein bisschen sehr hart meiner Meinung nach also da müssen wir mal gucken aber so schlecht ach so hier ja haha guten Tag der Teamer steht auch mit einer Stärke 12 im Tor ja gut da fehlt also quasi ein ganzer Spieler deshalb fragen wir auch nochmal hier beim Winken an ja er ist zu wertvoll fürs Team das gibt's doch nicht den kriegen wir nicht geholt ey den kriegen wir nicht geholt ein verrückter Typ ey den würde ich ja so gerne endlich mal herholen den wollen die nicht abgeben gibt's doch gar nicht dann müssen wir vielleicht mal in die Jugend gucken ob man da mal jemanden hochzieht für eine Woche vielleicht noch 49er ja guck mal da ist der 16er hier in den Kader zweite Mannschaft mal zwei Wochen so als Ersatz Torwart ne da haben wir doch da jetzt schon mal ein bisschen bessere Stärke und dann ist vielleicht auch direkt unsere Gesamtstärke hören ne immer noch 18 das wird witzig ach so halt stopp ich bin ja doof bin ja doof ich guck ja hier das ist ja ja klar das ist die Gesamtstärke von der ersten Mannschaft das ist ja so ein kleiner Fehler das wird ja gar nicht angezeigt von der zweiten ja in der ersten Liga sind wir 18ter von der Stärke ja joa deshalb wird's da auch knackig ne meine lieben Freunde deshalb wird's da knackig Manchester United holt sich David Alaba auf der linken Seite für 80 Millionen Euro ich weiß nicht ob das ein guter Deal ist für Bayern linke und rechte Verteidiger sind in diesem Spiel und auch in der Realität gute sehr sehr große Mangelware also da bin ich gespannt ob die sich da nicht ein Eigentor geschossen haben ach mal gucken Neu Spondoren Angebot werden wir uns angucken und dann gehen wir noch in den Kalender rein bevor wir hier so wichtige Sachen vergessen DFB Pokal hier gibt's dann die Saisoneröffnung und diese Woche machen wir noch einen Fanclub Treffen und was haben wir noch was haben wir denn noch hier Probetrainingstag das brauchen wir glaube ich nicht mehr Sponsorentag können wir nochmal gucken freundlich Probetraining haben wir vielleicht irgendwann hier haben wir eine Freie da machen wir mal einen Probetrainingstag und vielleicht kriegen wir noch irgendwas für die zweite Mannschaft Gutes raus manchmal hat man da ja Glück und holt was Cooles so wir holen uns jetzt hier den nächsten Spondor auf die Banden und zwar die Postbank für 39.000 und wir haben noch irgendwo Spondoren Amazon den Knechterverein Amazon holen wir uns in unseren Verein rein oh das war jetzt Quatsch ja 60.000 ist glaube ich trotzdem viel gewesen oder hoffe ich jetzt mal naja ging so oh das war nicht so der super Deal ich unterstütze Amazon so gut wie gar nicht und würde euch bitten dass ich würde es euch nicht verbieten um Gottes Willen aber dass ihr euch da im klaren seit weniger unterstützt und wie oft wie oft so was haben wir hier da haben wir letztes Mal einen Überschuss von 10 Millionen Euro gehabt und das finden die super Publikum quittiert das mit einem stürmischen Beifall nächstes ist Marcel Ziemer ist bester Spieler des Jahres gewesen ja sehr schön wunderbar zu unerfahren also eine leichte Ablehnung können wir da schon machen als viel zu negativ gesehen okay total überaltert nee das sehe ich jetzt nicht so als etwas zu positiv okay beim Fan fragt ob die Abwehr ausreichend halten eigentlich nicht muss ich sagen aber auch da haben wir zu negativ deutlich zu negativ gesehen okay das war eine ganz ganz schlechte Runde hier für mich muss ich sagen da war 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 schwach Berkay Ötchan also sehr schön das ist auf jeden Fall hier auch noch einer der kriegt die Nummer 13 der macht das Spielervorstellung Pressekonferenz Schmidt ich bin gespannt wie lange der Schmidt noch bei uns ist der ist ja nur noch ein halbes Jahr da guck mal hier mit einer 81 können wir ihn eh nicht mehr lange halten und da werden wir noch Kohle für holen aber wir behalten ihn erstmal noch bei uns ganz klar weil wir wollen ja auch irgendwie einen guten gute Hinrunde spielen damit wir da vielleicht sogar die Chance haben in der Liga zu bleiben und da müssen wir natürlich sehen dass die Hinrunde richtig gut wird ja wir fragen jetzt ja alle mal ob die nicht hier Kapitän werden wollen weil das bringt ja manchmal zumindest einen Pluspunkt bei Vereinsführung oder bei Mannschaftsführung deshalb machen wir das einfach mal hier so einmal immer wieder mache ich das ja mal kennt ihr vielleicht wenn ihr mal länger zugeguckt habt und ich das ab und zu mal tue und ja hoffe du wirst hier glücklich das kann man natürlich auch machen noch bei ihm sehr schön weiter hier so und so weiter und so fort ich glaube wir sind mit dem Kader jetzt gerade eigentlich wenn wir Bebu noch auf der rechten Seite kriegen sollten dann sind wir hier richtig gut aufgestellt dann haben wir auch ein paar für die Ersatzbank noch und ja das dann haben wir Gelder ausgegeben das war ja auch so eine Forderung für euch dass wir nicht auf dem Geld sitzen bleiben und Bebu wären wir uns hier einig für knappe 5 Millionen und da müssen wir jetzt gucken Auslandsangeboten das machen wir nicht weil das gibt ganz viele Probleme diese Klauseln die ja die werden dann einfach manchmal nicht vernünftig angegeben und dann wechseln da Spieler für 0 Euro dann möchte ich natürlich auch nicht das wollen wir vermeiden kommt 2% kriegst du noch hier und dann können wir hier noch ein bisschen runter gehen Grundlage für weitere Verhandlungen solange die nicht sagen man verdient zu wenig kann man das auch ganz gut machen so wir nehmen hier Ferrero ja Ferrero Rocher schön schön so ein paar Rocher Kugeln abkassieren der Gerry ja klasse sehr wunderbar Scouting abgeschlossen von München Fanclub Treffen euphorisch vom Aufstieg die Fans trauen der Mannschaft alles zu ja Meister Meister ach das freue ich mich auf die erste Liga und wir sind hier jetzt auf der Endgerade ähm ich würde sagen vor dem Spiel im DFB Pokal gegen Kaiserslautern werden wir äh natürlich die Folge beenden und dann gibt es in der nächsten Folge gibt es dann echt hier Erstliga Fußball zwar im DFB Pokal aber immerhin ne ja jetzt gibt es erstmal noch gegen den Fußballclub Strausberg e.V ein Freundschaftsspiel im Ostseestadion weil der Gerry halt nicht aufpasst ne ja so ist das schon mal so ist das schon mal dann würde ich gerne die Neuen mit reinschmeißen Berghain Ötchan zum Beispiel mal mit rein ähm vorne drin der Knöll hat ne gute Form da könnten wir vielleicht mal mit ner Doppel 6 beginnen einfach mal hier so ähm dass der FG Nielis noch spielt und Patrick Horst könnten wir auch noch mitnehmen vielleicht statt Schmidchen weil ähm der wird ja sowieso gesetzt sein am Anfang der Saison Angebot für Ray Ruxon abgelehnt 500.000 ist der Wert ja den will ich nicht abgeben auf gar keinen Fall Scout kehrt zurück und zwar hat der Bruno untersucht den 19-jährigen Brasil ne Spanier von Werder Bremen 2 interessanter junger Mann aber wir haben jetzt genug Spieler gut und das wäre ja auch eher jemand für die zweite Mannschaft und da gucken wir uns jetzt keine anderen mehr an im Moment ne zweite Mannschaft ist eigentlich ganz gut ähm ganz gut besetzt und zeigt das auch hier mit einem 3 zu 1 gegen Jedelow gucken wir mal wer die Tore gemacht Ruxon und Mayer ja sehr schön und ein Eigentor von Luca Thomas ja bitter aber macht nix und der beste Mann hier man sieht es Felix Hegen das war so eine gute Idee den Kollegen in die zweite Mannschaft zu holen achso das haben wir schon gemacht ok wunderbar gucken wir uns nochmal hier die Gehälter an oder die Budgets wir haben noch richtig viel Baukosten da können wir auch mal reingucken nochmal Infrastruktur dass wir hier nochmal bei der Jugend äh gucken ne Jugendzentrum könnten wir zum Beispiel ähm das bringt 0,5% mehr und das hier bringt ah da müssen wir aber erst mal das Trainingszentrum äh verbessern das machen wir und das andere Jugendgedön machen wir auch noch mit weil die 15 Millionen da im Baubereich die wollen wir natürlich jetzt nicht verballern und verbrasen die wollen wir natürlich mitnehmen so wie es ist ne wir spielen auch hier mit Yachimels auf jeden Fall jetzt im Moment mal ne Rode kommt hier zwar wieder aber mein Gott Yachimels äh hat doch gut geklappt vielleicht auch mal Gottfried hier in der zweiten Mannschaft aufstellen ja warum denn nicht das können wir schon durchaus mal so versuchen und äh dann gucken wir mal was die zweite Mannschaft da schafft wir gucken jetzt erstmal was die erste Mannschaft schafft wir wollen hier heute Gras fressen wir hören schon wieder die Hüppe weil der Gary halt deppert ist so 2-0 nach kurzer Zeitpunkt ein Kollektion von Vasialidis ja umso besser dass wir jetzt demnächst da jemanden haben noch der da einspringen kann äh dann kommt Luca Kilian nochmal vorne rein da waren wir am überlegen ob wir Kilian da eventuell noch abgeben und äh zur Laie das wäre vielleicht gar nicht so die dummste Idee könnten wir noch äh eine Runde gucken so schnell hart geht einfach nochmal hier rechts raus äh Holtmann hab ich jetzt dahin gemacht ja Holtmann ist auch okay alles klar äh das war ja Quatsch hier was hab ich jetzt hier gemacht irgendeinen Mist hab ich jetzt gemacht ach so das war der Mist okay Holtmann ähm einmal hier zack der Pascal Köpke da packen wir einfach mal schnell hart hin ähm zweiter Mann hier ja da können wir mal den den Horst die wir aufstellen hier unseren Hansa Horst Josef Kerscher darf nochmal ran Kilian kommt raus für Wright oder für Knöll ne Wright ist noch ein bisschen schwächer in der Form auch die hier ist in Ordnung aber äh 13 statt 15er Form da kann er sich noch ein bisschen hier was bomben gegen Strausberg 5 zu 0 ja eindeutig eindeutige Sache hier nochmal vor der äh vor der Dings ne hier vor der Auf- und Abwertungsrunde nochmal gute Noten reingeholt das ist wichtig und der FC Strausberg freut sich natürlich dass wir hier mal äh kicken durften gegen die ne ach hier guck mal ganz viele neue Jugendspieler in äh den Mannschaften unterwegs hier wer bist denn du hier Luca Gersberg oh der ist aber auch ganz lecker hier guckt euch das mal an neuner Talent oh er hat natürlich nicht so coole um Gottes Willen er ist eine Diva und schnell zufrieden also ja da streiten sich ja die Geister mit schnell zufrieden ne aber es bringt auf jeden Fall euer Unmut in die ins Mannschaftsgefüge und Paul Willis von Aston Villa was ist denn mit dem los was steht da in der Zeitung kein Wechsel zu Hoffenheim ah ok na gut dann nicht ja hier guck mal auf der linken Seite hätten wir da noch Liebu kennen und dann sind wir echt gut dabei dann sind wir echt gut dabei so das machen wir auch noch hier können wir hier noch ein bisschen runter gehen ja können wir vielleicht nicht wir machen es mal anderthalb hoffentlich war das jetzt nicht ein Fehler dass er jetzt abspringt aber Bebu ist bei uns da das sehr wichtig auf der rechten Außenbahn die Nummer 9 bei so vielen Stürmern ist nicht belegt der kriegt aber trotzdem diese nicht wir machen hier Pressekonferenzen natürlich Georg Gattos ist wieder fit Herr Lath ist wieder fit da kommen jetzt einige zurück die Fans sind besonders neugierig bei der Saisoneröffnung auf die starken Neuverpflichtungen sie sehend sehr erfreut dass der Verein die Mannschaft wirklich mit guten neuen Leuten verstärkt hat Beliebtheit von uns allen steigt um 5% äh 5 Punkte Vaselidis fühlt sich unterbezahlt ja können wir mal mitsprechen ah jetzt ist der Blubliebub Kennen leider nicht gewechselt war nicht so clever habe ich schon gemerkt bei Abgabe habe ich das schon gemerkt versuchen wir trotzdem nochmal Bebu ist hier bei der Mannschaft gut angekommen Vaselidis ja 3 Wochen verletzt auf der rechten Seite ja seht doch mal und die zweite Mannschaft mit äh Gottfried und ähm ja mit unserem Hägen und Jahemes ne hier 6 zu 0 auch grandios ganz stark auf jeden Fall gegen VfL Oldenburg könnt ihr euch gerne angucken eure Noten wunderbar Richtfest Richtfest bei Tore Jakobsen was ist das denn lädt alle seine Kameraden zum Richtfest seines neues Hauses ein ja alle haben Spaß und äh Stimmung verbessert sich um 2 Punkte ja wie geil bist du denn baust ein Haus und dann kommen wir und feiern mit dir ja sehr schön sehr schön ja guckt euch jetzt diese Mannschaft an das sieht doch gar nicht so verkehrt aus für die erste Liga und wir haben noch ein paar im Petto hier im defensiven Mittelfeldbereich Ötchan ist nicht besser als Kärscher das heißt es ist natürlich super geil dass Kärscher also unser Jay so richtig oh Entschuldigung da kam mir was hoch oh hei hei dass der hier so abgeht aber ich finde es trotzdem für keine Ablöse war das ein richtiger Deal den wir hier machen konnten der kann auch ZM spielen auch mal HS falls man mal aus den 2 Stürmern was runterholt der ist 8 Millionen wert wenn hier einer anfragt irgendwann haben wir 8 Millionen verdient meine Güte das kann man doch äh durchaus als erfolgreich äh ja betitulieren so Hauptmann weite Wege müssen wir jetzt in der ersten Bundesliga auf jeden Fall laufen werden wir jetzt mal wieder hier verteilen die Dinger hier Bebu auch ganz sie müssen hier auf der Außenbahn müssen richtig viel ackern so und auch unsere Stürmer gehen natürlich mit nach hinten ich bin gespannt wie wir in die neue Saison starten werden ähm wir haben noch einen Platz frei bei den Kooperationen das heißt da könnt ihr euch noch was aussuchen da könnt ihr noch was machen so Chemie könnten wir auch mal gucken Gottfried du könntest auch zu Chemie Leipzig wechseln hier Richtung Sascha Mayer den werde ich da auch mal anfragen und der hat ja schon gesagt er würde gerne bei Chemie noch mal kloppen also habe ich doch so verstanden hoffe ich jetzt oh 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 gerade noch mal reingucken Sascha Mayer spielt gern wieder in der zweiten diese Saison ausleihen wenn dann nur zu Chemie ja da müssen wir überlegen ähm ob du Bock drauf hast ach scheiße jetzt ist das hier weg ach das ist doof gewesen oder habe ich das jetzt aus Versehen ach ja jetzt ach komm ey ach der Gary nicht clever gemacht hier wieder wieder irgendwelche Knöpfe gedrückt ohne zu wissen was die bedeuten ähm ja tut mir leid lieber Mayer jetzt bist du bei Chemie aber ich hoffe du kannst Chemie helfen die hochzuballern oh man hoffentlich gibt das kein kein Zoff tut mir leid war nicht so gedacht ach je ach je ja hier einige wechseln noch Suarez der rechte Außenverteidiger von Leverkusen wechselt zu Wolfsburg die hoffenheimer hohenlichen ZM Philippe Augusto 82er für 22 Millionen für so eine äh ne Ablöse könnte auch demnächst noch unser Schmidchen wechseln ne ich bin gespannt was wir da hinkriegen und ihr seht schon im Kalender da kommt das große Spiel gegen den ersten FC Kaiserslautern im DFB Pokal wir als Erstliges sind da natürlich der Favorit aber wir werden es auch nicht auf die leichte Schulter nehmen das fällt uns nicht ein Kaiserslautern gerade im realen Leben sich getrennt von Frontsec hier müssen wir mal gucken wer da noch auf der Bank sitzt weiß ich gar nicht aber das ist wichtig dass wir da um ganz ganz unbedingt alles geben und gut in die Saison starten können wir gucken mal hier an wer so im Verein hier die Hosen an hat Lars Bender bei Liverpool die haben alle 10 guck mal Führungsqualität 10 bei uns hier ja schnell hat man 5 klasse klasse ja so ist das schon mal bei Dortmund der Jamo Lenko ist der Kollege aha aha interessant finde ich immer mal ganz witzig solche kleinen Statistiken ja und dann geht es hier in der nächsten Folge gegen den ersten FCK ran und ihr seht hier Mannschaftsstärke mäßig gehen wir gar nicht so weit auseinander da müssen wir schon alles geben das ist kein Laufkundschaft hier was hier so geht interessantes Spiel ist hier Duisburg gegen Leverkusen im Revierderby oder in NRW zumindest unterwegs Würzburg gegen Schalke haben wir da noch und Wiesbaden gegen Hamburg ja das könnte interessant werden das ist unsere Elf mit der werden wir gegen Kaiserslautern starten ich hoffe ihr seid zufrieden mit dem was wir jetzt im Moment hier geholt haben wir haben noch zwei Wochen wo man noch etwas machen könnte und wo man eventuell sagen könnte wir holen noch jemanden hier Alan der stand auch mal bei uns auf dem Zettel vereinslos war damals wäre natürlich auch Bombe gewesen aber wir können uns ja nicht beschweren wir haben ja gute Spieler gehabt Josef Kerscher ist wieder fit also Jay kann spielen Sponsorentag durchgeführt alle schauen sehr optimistisch in die Saison Hemmerich und Grupe haben sich verletzt also Verletzungen wieder deutlich deutlich häufiger vielleicht sollten wir mal gucken dass wir noch das Medizingelände ausbauen demnächst wir müssen mal hier Liebuch dann fragen wir das nächste Mal nochmal an oder in der nächsten Zeit sag ich mal so ja meine Lieben dann werde ich jetzt hier in der Offline Folge noch so ein bisschen zusehen dass wir uns mit den Trainingszielen auseinandersetzen und ich schwätze hier noch ein bisschen mit den Leuten und dann würde ich sagen macht's gut ich wünsche euch eine schöne Woche und dass ihr viel Spaß habt macht's gut der Gary ist weg Tschüssi und dann ich schätze und dann und dann schätze